Äh, endlich hab ich dich gefunden. Matt, bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Äh, bevor du irgendwas sagst, es tut mir leid, sagen wir zu klein, es ist ein paar Vire zwischen mir. Warum, Matt, geile Knarre, kann ich mal sehen. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch, du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blase mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh, ähm, oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich, ich kenn dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am All. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie zwei gute Freunde. Du und ich. Zwei gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Äh, das war nicht, ich, das war ich nicht selbst. Ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Tja, du weißt ja was eigentlich im Moment auch. Das war ich nicht selbst. Ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Randall, du kannst dich nicht immer mit derselben Geschichte rausreden. Nicht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast und mir die Freundin ausgespannt hast. Mann, du bist echt das Letzte vom Letzten. Oh, shit. Hatte ich dich schon mal benutzt? Verdammt. Tja, du weißt ja was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle. Weißt du überhaupt, was das ist? Matt, du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass es keinen Sinn ergibt. Wir beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das irgendwie... Äh, was? Sollen wir uns das von irgend so einer hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen. Sicher warst du das. Ach komm schon, Matt. Ihr beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgend so einer hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nennen Sie nichts Schlampe! Ich, ich meinte nur... Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. Oh, so läuft das nicht. Matt, ich schwör dir, ich will gar nichts von Sally. Glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben uns vergessen. Wir haben uns vergessen. Wir haben uns einfach... Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge. Ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben? Äh, Mann, ich hab mich geändert. Ehrlich. Ich weiß, es war nur ein... ...ein Tag, aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Ich hab kein Gewissen... Ach, komm schon, Matt. Hör mir zu. Lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht. Komm schon, Matt. Reden wir. Halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen. Oh, okay. Lass hören, was du zu sagen hast. Äh, ich würde es dir niemals anbringen. Ne, ne, ne. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ringen einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat Ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will es wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das soll's dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich geb jetzt nicht nach. Ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Ich geh nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Komm schon, Matt. Bleib ruhig. Alles will wieder gut. Ganz schnell so langsam auf die Geist. Mach was du willst, ich bin nicht mehr mit. Ich geh nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit nem bisschen Bronzen. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich die Zimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche netzten Worte? Netze Worte sind für Narren, doch die noch nicht genug gesagt haben. Guten Morgen und falls wir uns nicht nochmal sehen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich hab dir nicht mal die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen hab. Margarina ist kein Butterersatz. Ich kam her, um zu sterben, nicht um zu reden, Alter. Ja, nicht um reden zu halten. Ich sah Dinge, die mir niemand glauben würde. Ich sah Dinge, die mir niemand glauben würde. Ich... ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Unterhalten wir uns ein bisschen. Nein. Was? Nein, 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 nein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Stehen geblieben. Keine Bewegung, Penner. Dein Arsch gehört mir. Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, wie eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet. Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Tag 6, Montag. Sie rauchen? Nein, danke. Ich höre gerade auf damit. Okay. Was? Alles klar. Der erste Tag ist der schwerste. Das steht einwandfrei fest. Und wenn Sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachtend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist ein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knarst? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks? Du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier. Der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß. Das kann ich dir sagen. Moment mal. Warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon. Wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spruchs aus. Hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann. Das sind nur so Gerüchte. Gibt nichts auf die. Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich Zellengenossen. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang. Da bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Super-Zuckerschnecke-Gummipuppe. Ah, das wird auch nicht nötig sein. Was? Was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Tja, wär gar nicht schlecht. Ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht ein Ersatz-Super- Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich rede jetzt mal Klartext. Ich brauche Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie McGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grabe hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist verstärkter Stahlbeton. Und dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich mich nicht aufhalten. Besorgt mir den Sprengstoff. Ach komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grabe einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es niemals aufzugeben. Naja, das sind Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Noch mal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Ich schau mal, was ich machen lässt. Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich geh kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern. Die stehen auf Party und so. Alles klar. Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal. Was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du, ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow. Was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich hab ne Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann hab ich wohl den Typen mit meinen klauenen Streifen geschnitten. Ah. Wer war denn der arme Bastard? Kenn ich den? Besser als die meisten. Oh, Mann. Du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt hab. Und dass er's verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Äh, ja. Alles klar, Leute. Ich bin grad ein wenig verwirrt. Aber okay. Montag zwei, Montag eins. Ach, das waren die beiden Saves, da wo die, wo die Dings kaputt waren, ne? Die Aufnahme. Montag sechs. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Aufnahme-Session. Alter, ey. Dieses Spiel wird immer abgefuckter. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut Doraina. Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Mortimer? Lul. Äh, Let's Play. Reynolds Monday. Ähm. Ja. Äh, wie ist es im Gefängnis? Das kommt mir auch noch nicht drauf klar. Da komm ich nicht raus. Gemessen an den Umständen, ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Alles klar. Die Kissen sind alles andere als bequem, aber ich schätze, wir haben nichts Besseres verdient. Ich nehme nur den Bezug und lasse das Kissen da. Nee, brauche ich nicht. Okay. Die sehen nicht gerade bequem aus. Aber das ist der Knast. Was soll man da erwarten? Keine Zeit für ein Nickerchen. Was? Ich nehme nur den... Okay, ich kann von jedem Kissen, wieso hast du den Bezug? Nehmen, okay. Zeitung erstmal lesen, ne? Super. Das ist echt stark. Die neueste Meldung. Du bist im Knast, machst dir gemütlich. Alles klar. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht in Kansas. Nicht mehr in Kansas. Okay, kommen wir hier... Ja, okay. Wie weit komme ich hier weiter? Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Ah. Reden wir gleich mit. Ich guck mal, wie... Okay, ich kann hier noch zu Gang A, okay. Und dann komme ich nach rechts auch weiter? Ja, komme ich auch. Okay, Gang A und Gang B. Dann reden wir nochmal mit dem Poster. Also mit Charlie. Charlie. Randall, besorg mir den Sprengstoff. Ich warte hier. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du schon was auftreiben. Okay, aber versprechen kann ich nichts. Was durften wir nochmal behalten? Oder was haben wir nochmal behalten? Wir haben behalten das Marsband. Aber der Fleck... Der Fleck für unseren Teleskop-Endbügel ist noch... Ist noch frei. Ich will es wieder haben. Kissen ohne Bezug. Und Kissen. Von hier komme ich nicht... Von unserem Teleskop-Endbügel. Da fühlt sich wohl jemand im Dunkeln wohler. Da komme ich nicht ran. Okay. Waschbecken und Toilette. Hier haben wir eigentlich... Hier haben wir nichts mehr anzuwählen, ne? Nein. Alles klar. Warte mal, reden wir gleich. Da sind mindestens drei Schichten Dreck im Waschbecken. So passt wenigstens alles zum Rest der Einrichtung. Das noch als dreckig zu beschreiben, wäre untertrieben. Das fasse ich im Leben nicht an. Ich habe schon lange nicht mehr nachgesehen, was in der Schüssel gelandet ist. Schätze, ich bin erwachsen geworden. Oh, sie kannst du. Ich stecke auch so schon in der Scheiße. Morty? Bist du das? Was zum Geier machst du hier? Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Tja, das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein. Sag nichts. Mach es nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Ich würde ihn gerne mal reden hören. Ob das doch irgendwann der Fall sein wird? Ich weiß nicht. Schnaps. Knappelt. Irgendein armer Schlucker steckt hier fest. Nee. Sicher? Bruno und Fenster. Ja, okay. Ja, okay. Oh, nein, nein. Das scheint randvoll mit Knastfusel zu sein. Und das stinkt, Alter. Selbst wenn ich diese widerliche Plörre nehmen wollte. Das geht ja wohl schlecht mit der Hand. Ja, weißt du nicht. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Sag das mal Bruno ins Gesicht. Was für ein Mammut. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Aber, okay. Eine Gefangenenuniform. Sieht ziemlich alt aus. Einfach mitnehmen würde ich sagen, ne? Du hast eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Bettchen, Bettchen, Kissen ohne Bezug, Kissen ohne Bezug. Okay. Fenster, da wird halt schätzungsweise immer das gleiche zu sagen. Toilette auch. Das Klopapier können wir nicht mitnehmen. Aber das Glas mit Loch können wir mitnehmen. Okay. Ah, aber da kriegen wir jetzt nicht hier den Schnaps rein. Schade. Okay, dann gehen wir erstmal zu Gang A. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie kleben mit Kaugummi, schätzungsweise, oder? Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Zellen, Küche, kommen wir nicht runter, ne? Da komme ich nicht rein. Abgeschlossen. Schade, schade. Da ist doch jetzt nicht hier... Okay, nicht, dass ich das Schloss hier wieder basier. Beim Anklicken. Rohre. Da sind wohl die ganzen kleinen Geschenke der Insassen drin. Ups. Widerlich. Ich glaube, ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. Da sind wohl die ganzen... Das geht nicht. Das, das, ne. Also. In die Bibliothek kommen wir schätzungsweise nicht rein. Die Schwester. Die Schwestern. Als ob. Abschaum.